Berlin ohne Mauer. Berlin und Berlin ist eins. Die Mauer muss weg. Hallo! Und persönliche Feinde? Aus der Zeit, als du noch mit Papa die großen Reportagen gemacht hast. Ich weiß nicht! Du bist gerade angerufen, ne? Der Kerl hier spielt verrückt! Aber du wirst doch bei der Polizei eine Meldung machen. Sind sie von der Polizei? Nicht die Polizei! Auch für mich ist das schwierig. Was fehlt dir denn? Hey, was soll das? Was wollen Sie hier? Jetzt brauche ich mindestens 100 Jahre für die Scheidung. Na und? Dann brauchst du eben so lange. Was soll's? Sehen Sie sich die kleine Statue an. Eben den Bücher von Norman Mailer. Sagen Sie Ihrer Freundin, sie soll sich nicht bewegen. Berlin? Ja, die Philharmoniker haben mich eingeladen. Ich soll eine Solistin vertreten. Der Chef will mich kennenlernen und Proben für das Konzert. Herr von Karajan möchte Sie sprechen. Ja, ich komme. Sie Abst Classic. Die SchlньER Goldstein Goldstein Was ziehst du denn für ein Gesicht? Mach ich doch gar nichts.